Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal NAMNAM Heute habe ich den Schleck Sebe mitgenommen Zembina LP, hallo Nein, interessiert keinen Schmauleifen Und wer spielt? Jetzt entspannt um 9.10 Daisy, oh, it's Jins Daisy, oh, it's Jins Faker Fuck you Äh, ich bin im METROVISIERT Nein, doch, nein Läder schon Nein, nein, ich bin im METROVISIERT gespawnt Ich läder auch Ähm, ja, das letzte Mal, wo ich das eingespielt habe, war... Schlecht Schlecht Nein, also, ich habe jetzt schon den besten Rucksack, den es gibt Dab Daddy Bear Nein, Dora Dora ist besser als Dab Daddy Bear Rucksack, Backpack, yeah Ehhh So Irgendwie gibt es viel mehr Barrikaden auf den ganzen Straßen Ja, Map habe ich noch nicht Ich habe keine MEP Den weiss bis Boah, ich habe eine MEP Weiss man Weiss man Weiss man, ja, weiss man Weiss man Ja, ich gehe mal die Feuerwehrhalle looten Und in einem... Demo Gale Lauf 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 pees W Bleib B Woh S-A-58er-V 2 Ähm、 Morphin und ein Antibiotik in der Feuerwelle. Antibiotik? Oh ja. So, tut uns das. Ein Baum. Fuck. Wenn du erratest, welchen Baum ich meine, kriegst du 20 mal. Ich glaube, oben ist ein Player. Ja. Töte es, bevor es ein erlegt. Ja. Ja. Perfektes Beispiel, wie schnell man in Lazy Origins Parameter werden kann. Und ich habe ein GPS gefunden. Schossen vor. Dann kannst du mir zumindest die Map geben. Just for skill. Achso. Äh, lol. Das war fehlen. Ich bin jetzt auch bei einer Feuerwehrhalle. Ich weiß nicht, ob wir beide bei der gleichen sind, aber... Wenn dich jemand erscheisst und das steht hier äh, verpasste Bandi was killed bei Symbino, dann glaube ich ja. Alter, jetzt gehen die Frameszahlen runter. Oh ja. Hast du gerade jemanden gegen gehört? Nein. Jetzt. Was? Nein. Was war ganz unten bei der Feuerwehrhalle bei dir für eine Waffe? Ähm, ich glaube gar keine. Ich weiß es aber nicht. Äh, okay. Also ich habe eine SA-58, so eine AK auf dem Rücken und eine Makar auf in der Hand. Ich habe nachgeladen. Das warst du? Ja, ich habe nachgeladen. Bleib mal still. Bleib mal still. Bist du denn? Stehen bleiben. Ich erschisse sie. Oh, verdammt. Surrender. 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 Grenades. Grenades. WTF? Ich glaube ich habe gerade einen Rucksack die gespawnt. Ich weiß aber was ich meine. Vierter Magazin. Mit Null Schuss. Hier unten sind CZ-83 oder 19. Ja, das muss ich weiß. Two of them. Sag bitte die passen da rein. Nein, passen sie nicht. Alter, ich was mein Scheiß. Ich brauche keine Waffe. Du hast deine Hände. Ich habe zu viel skill. Ey die Wache, die Waffe habe ich gedroppt. Die Wache. Die Wache. Die Wache. Die Wache. Okay, dann gehen wir mal. LOL. Was? Kann das Auto da unten fahren? Nein. Nein. Oder welches? Feuerwehr-Auto. Ist das ein Feuerwehr-Auto? Das rote, was komplett scheiße aussieht. Ja, mit den Bäumen oben. Mit roten Baumstämmen. Nein. Ja. Gehen wir den Baumhaus looten. Wer hat diese Scheiße? Ja, ihr spawnt meistens ein Feuerwehrmann mit einer Hacke und... Was? Ja, ein... Zombie. Was ist denn Zombie? Ja. Hast du die ganze Stadt schon loot gelootet? Komplett. Okay. Dann lassen wir zumindest die Bahn da unten. Ja. Mit den Gegnern. Ja. Warte mal. Wir sind jetzt... What the fuck... Hier. Heli is incoming. Enemy Heli coming. Ja. Bitte leg dich hin. Leg dich hin! Ach so. Das ist wirklich einer. Nein. Was? Ja, es kommt einer. Hörst du das nicht? Nein. Okay, der ist vorbei geflogen. Warte mal. Warte mal auf mich. Just to watch on the map. Dammit. Nein, ich habe keinen... Lauf, Baby! Weisst du, wie man das GPS öffnen kann, während man... Also... So in-game ist. Also nicht in der Map, meine ich. Frag den Ender. Aber der Ort weiß man nicht. Ach so. Ich auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. P auch nicht. Diese auch nicht. Diese auch nicht. Diese auch nicht. Diese nicht. Das auch nicht. Pass auf, dass du jetzt nicht zu schießen anfängst. Ja. Ist nicht da mal rein. Wird auch nicht. Fahr... Ach Scheiße. Ähm, ich glaube da hinten ist ein Fahrzeug. Weisst du? Ich glaube da hinten ist ein Fahrzeug. Nice. Das ist neu. Hey. Mit den Zombies. Wir müssen dich erst um die Zombies. Da ist ne Pick-X unten. Ähm. Was ist das? Oh! Nein! Wo? Was ist das? Oh! 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 Oh mein Gott! Der hat chillt! Der hat chillt! Der hat chillt! Sorry! Nein! Abschuss des 2. Natürlich! Abschuss des 2. Blueprint, Bandit Level 1. Kannst gleich mitnehmen. Ich habe jetzt Bandit Level 1 und Hero Level 1. Hero Level 1. Wissen wir erst mal wäre denn... Oh! Oh! Small garage! Nice! You're nice man! Ähm. Hier sind... Second round ballads. Oh ja. Wie viele Stück? Zwei. Oh! Oh! Bankkiller! Bankkiller! Schmerz! Ich habe vier Schüsse. Nice! Ähm. Okay, dann... Dann... Dann planen wir mal. Ähm. Wo ist das Fahrzeug? Welches Fahr... So dieser? Ja, steht da draußen noch. Das ist wohl. So. Gehen wir nach... Kann man nicht fahren, oder? Nein, nein. Mein Gott. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Airfield, so... YOLO-like. Ich... Eike... YOLO! Wo bist du? Ich bin noch innendrinnen im... Bahnhof. Jetzt gehen wir zuerst nach... Bidlgraz... Namur. Bidlgraz? Dann müssen wir durch die Stadt durch. Oh ja. Ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist, aber... Aber YOLO! Hü... Aber YOLO! Ich weiss nicht, ich glaube es gibt ja auch noch Polizei-Ding, wenn es das auf dich gerührt hat. Da kommst du jetzt nicht mal auf. Ja, natürlich. Alter, rennt! Da! Ach du Scheiße, das ist wirklich da, oder? Hahaha! Nice! Wie gesagt, Rucksack, Back, Back, Rucksack, Back, Back, Yeah! Nein, falsch! Back, Back, Rucksack, Rucksack, Back, 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 Yeah! Wie geht das nicht klauen? Wie heißt das? Viper nicht klauen! Genau, Viper nicht klauen! Hier rechts sieht man, what the fuck viele Zombies! Und so ein bisschen wasi-fake vom Aussehen her? Nein. Ähm... Si, wasi! Ähm... Hast du das links schon gelootet? Was links? Links sind Häuser. Ach so, ja, aber da ist glaube ich noch ein Rucksack drin. Warte, geh mal rein, ich steige hoch. Ja. Dass ich mich da töte. The fuck is so... Du wirst erst mal gegen was? Ah, Pilots! Was? Ah, Pilotsalas, nice. Ja, ja. Ich bin ein Sniper. Ja. Ich bin ein Double Bowel. Oh... Da will auch Slugs für mich. Eine Batterie! Brauchen wir die? Fuck! Geh weg, geh weg! Alter! Da! Töte sie! Schess, Anne! Scheiss, Anne! Scheiss, Anne! Da! Ja! Fuck, jörl! Was haben sie mit? Äh, scheiss. Anti-Sorakan! Hey, da ist der Double Bowel! Shotgun! Shotgun again! Shotgun! Shotgun! Und... Nach dort! Da! Vorner! Da! Jetzt! Rechts! B! Nein, B! Jetzt! Ah! Ah! Das ist die alte Partei... What is das? Gfallen... Was is was? What da... Ack! Alter! Ich hab nen Revolver gefunden. Ähm, im anderen Haus war auch Munition für ihr Revolver. Dann geh ich ihn jetzt holen. Mein Gott, ich hab keine einzige Maffe, äh... Schau dir das Zelt an. Nice. Nice, Tor. Take it, baby! Take it! Take it! Wie viele Slots hast du in deinem Rucksack? Sechzehn. Alter! Ich hab nen Rucksack. Ähm, hast du die Kirche schon gelootet? Ja. Aber da gehen wir nochmal... Alter, der Zombie hat einen Arm. Am Arm. In der Hand. Ja, in der Hand. Hahahaha. Dann gehen wir nochmal in die Kirche. Deutsche Sprache würde ich sprechen. Ja, eindeutig. Denn da ist, glaub ich, noch... Äh, ACP Munition. ACP. Ähm, wie viel früher sind die eigentlich auf dem Slava? Nicht zu wenige, Jungs. Stopp hier daheim! 1... 2... Mach... Jetzt den Run. Hast du nachgedacht? Natürlich! Nichts. Nein, ich hab schon nachgedacht. Oh ja, jetzt kann ich schon. Da ist ein Bagger. Sorry! Was? Ja, war ich. Ja, ich hab ja gesagt. Bagger nice, man. Ach du Scheisse. Ja, den kann man natürlich auch nicht fahren. Das ist vom Scheisse. Gefällt dir nicht mit der Bagger rum und... ...so quetscht dich einfach mit der Schauf? Ja, das kann ich ja. Alle liegen. Dann nehme ich Heli. Ist ja irgendwelche äusser. Heli? Was? Fuck. Hahaha. Was ist heute los mit dir? Hughie, glaub ich. Ich glaub, Hughie. Ich lege. Hahaha. Nice. Soll das? Cho agreements. Ich lege.